Seit mehr als 25 Jahren steht Janet Biedermann, 44, auf der Bühne. In den 2000ern wurde die gebürtige Berlinerin durch ihre Rolle als Marie Balzer in der beliebten RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, zum absoluten TV-Liebling. Und auch heute noch hat die Schauspielerin und Sängerin nichts von ihrem Charme und ihrer Schönheit eingebüßt, wie aktuelle Netzfotos beweisen. Janet Biedermann begeistert mit Bauchfrei-Look bei Instagram beim Foto- und Videonetzwerk Instagram bringt Janet Biedermann ihre mehr als 150.000 Follower aktuell im ultraheißen Bauchfrei-Look um den Verstand. So freizügig kennt man die TV-Schönheit gar nicht. Kein Wunder, dass ihr neuester Beitrag bei ihren Fans für pure Begeisterung sorgt. Die Aufnahmen, die Biedermann am Montag, 2. Dezember, auf ihrem Social-Media-Account teilt, zeigen die hübsche Blondine in einer schwarzen Jogginghose und einem rot-schwarz gemusterten Oberteil. Ihre Arme streckt die Schauspielerin in die Luft, während sie vor der Kamera posiert. Ex-GZSZ-Liebling beeindruckt mit Hammer-Bauchmuskeln, abwechselnd schaut sie mal direkt in die Linse, mal verträumt auf den Boden. Dabei dürfte sich der Blick ihrer Bewunderer vor allem auf ihre durchtrainierte Körpermitte richten, die Janet Biedermann eindrucksvoll zur Schau stellt. Nicht nur ihre Hammer-Bauchmuskeln, sondern auch ihr Bauchnabel-Piercing kommen dabei zur Geltung. Expend-Artikel-Logo-Weiterlesen-Figur Nur wie vor 20 Jahren Fans sind hin und weg von Janet Biedermanns freizügigen Netzfotos ein absoluter Hingucker, finden die Fans, welche die 44-Jährige mit etlichen Likes und Komplimenten überschütten. Viele zeigen sich regelrecht beeindruckt von Janet Biedermanns Hammer-Figur. Wie folgende Fan-Beiträge mehr als deutlich machen Wow, was für eine tolle Figur, kommentiert ein User die Fotoreihe. Wow, mir fehlen die Worte mal ein richtig schöner Anblick, sehr ästhetisch, mag ich, schwärmt ein anderer. Ein Traum so schön, lobt hingegen dieser Bewunderer. Einfach heiß, findet ein anderer. Einfach fantastisch schöne Fotos einer jung gebliebenen Powerfrau, bringt dieser Kommentator seine Begeisterung zum Ausdruck. Sexy Lady wird ein weiterer User noch deutlicher. Figur wie vor 20 Jahren, bringt es ein anderer auf den Punkt. Folgen Sie news.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. Vielen Dank.